Brodingos, willkommen zu einem weiteren Update-Video bezüglich der Nintendo Direct. Ihr wisst, letzte Woche am Freitag um 0 Uhr hätte eigentlich ja die Direct kommen müssen. Aufgrund eines Erdbebens und aufgrund von Naturkatastrophen in Japan, in Hokkaido, wurde diese aber verschoben auf unbestimmte Zeit. Und heute gibt es ein Update bezüglich dessen. Und zwar hat Nintendo eben um 16 Uhr einen Tweet dargelassen. Und zwar, die ursprüngliche, ja, Direct, die letzte Woche eigentlich hätte kommen müssen, hat ein neues Erscheinungsdatum. Schaut am 14.09. um 0 Uhr vorbei, um mehr Titel zu Switch und 3DS zu erfahren. Und um mehr über diese ganzen Titel zu erfahren und um mehr davon zu sehen. Und die Präsentation dauert ebenfalls, genauso wie auch letzte Woche schon, prognostiziert von Nintendo, 35 Minuten, roundabout. Ja, das ist eine ziemlich interessante Sache. Das bekommt erstmal fette Like und Retweet und, selbstredend auch noch, was denn auch sonst? Ein, äh, äh, ein Statement, das sich gewaschen hat, denke ich mal. Ja, cool. Okay, ähm, und heute werden wir ja wieder mal, wie letzte Woche auch schon, gleiche Stelle, gleiche Welle über diese Direct reden. Was kann man sich denn da so vorstellen? Das ist eine gute Frage. Also, ich hab ja letzte Woche schon so ein bisschen spekuliert, als sie verschoben worden ist, ja, wie lang wird jetzt die neue Direct gehen? Wird sie länger sein? Wird sie kürzer sein? Eigentlich, worüber wir uns auf jeden Fall im Klaren sein sollten, ist, dass diese Präsentation nachbearbeitet wird. Denn, ähm, es ist natürlich kein Geheimnis, dass diese Präsentation unter Umständen veraltete Infos beinhalten könnte, wenn Nintendo die Direct aus letzter Woche nicht nachbearbeitet hätte und sie dann quasi nochmal auf den Freitag um 0 Uhr gelegt hätte, um sie dort zu zeigen. Ergo, hätten sie diese Direct nicht nachbearbeitet, wir wissen natürlich immer noch nicht, ob sie sie bearbeitet haben oder nicht. Ich denke schon, ich geh davon aus, aber, ähm, es wär nicht so ganz sinnig, wenn Nintendo veraltete Infos zu einem späteren Zeitpunkt raushaut. Die können jetzt nicht, äh, am Freitag um 0 Uhr sagen, ja, Leute, am Freitag, den, ich glaube, 7. September erscheint, Joker Watch Blasters, das ist ja schon längst erschienen, das ist ja schon längst in der Vergangenheit, dementsprechend müssen sie dahingehend die Direct nachbearbeiten, um sie aktuell zu halten. Und ich bin mal sehr gespannt, welche Spiele für Switch und 3DS angekündigt werden. Vielleicht wird's auch sogar Neuankündigungen geben, da in der Direct, oder da in der Zeit, in der, ähm, ja, die Direct nachbearbeitet wurde. Neuer Stuff mit dazu kam, das werden wir sehen, jedenfalls hat Nintendo einen neuen Tweet dagelassen. Und zwar, haben sie auch etwas zum kostenpflichtigen Switch Online Service verraten, ja, Moinsen! Und, äh, mehr dazu wird am 14.09. in Erfahrung gebracht. Aha, okay, das ist also das neue Spiel, das Nintendo für die Switch veröffentlichen wird, mhm, macht Sinn, mhm. Aber kein Problem, da wissen wir jetzt Bescheid. Der kostenpflichtige Nintendo Switch Online Mitgliederservice beginnt am 19.09. Ab Servicebeginn ist in Nintendo eShop eine kostenlose siebentägige Testvase verfügbar. Interessant. Genaueres dazu erfahrt ihr in der Direct am, äh, ja, 14. September. Finde ich cool, äh, dass man uns da nochmal neue Sachen präsentiert. Und demnach würde ich ganz gerne nochmal auf etwas zu sprechen kommen, äh, das sich 4chan nennt. Einige von euch kennen dieses, ich sag mal, in Anführungsstrichen News-Portal. I, 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 ja, mhm. Fangen wir aber erstmal mit ein bisschen Gameplay an und währenddessen suche ich ein bisschen die Tweets raus, die mir da im Kopf geblieben sind. Denn, äh, es gibt neue Spekulatios, lecker, und den werde ich euch heute verlauten lassen, denn ich bin der Meinung, dass jetzt durch die Ankündigung dessen, dass Nintendo Switch Online in der Direct näher präsentiert wird, dass da vielleicht etwas, äh, gezeigt werden könnte, das mit den Leaks von 4chan einhergeht. Näheres dazu suche ich euch aber auch gerade jetzt raus. Aber, wir können uns sicher sein, dass wir dahingehend, äh, ja, Stuff erwarten können, der in der nahen Zukunft und auch vielleicht etwas in der ferneren Zukunft liegen wird. Smash Bros wird ein Thema sein, Online-Dienst wird ein Thema sein, vielleicht sogar wird Yo-Kai Watch, ich weiß nicht, Yo-Kai Watch Blast ist nochmal ein Thema sein. Da gibt's ja diese Spezial-Edition, einige von euch erinnern sich, ne, müssen wir mal schauen, aber, jetzt werden wir uns mal anschauen, was ich euch gerade eben mit Leaks und so verraten habe, bevor wir, ja, letztendlich auf die, äh, ich sag mal, offiziellen Dinge zu sprechen kommen können. Oder auf die, die wahrscheinlich sind. Kommen wir auf den Tweet von Nintendo Basics zu sprechen. Schaut uns nochmal dafür, das gibt ein Like, denn, naja, übersetzen wir das mal ganz kurz. Also, mögliche Nintendo Direct Leaks sind auf 4chan aufgetaucht. Oder auf 4chan. Sie sehen ziemlich schön aus und es gibt, es scheint keine Fehler in diesen Bildern zu geben. Jedenfalls wurden noch keine gefunden. Noch! Na ja, klicken wir mal rein. Diese Bilder, die ihr hier sehen könnt, sollen wohl so eine Art, ja, Leak darstellen, ja, das soll wohl gezeigt werden. Es gibt wohl Leute, die haben wohl Insider-Wissen und die wissen wohl Bescheid, was wir uns, äh, ja, in der Direct, die am Freitag um 0 Uhr kommt, auf die ich auch reagieren werde, by the way. Also, schon mal im Hinterkopf behalten, meine Bruts, ich werde darauf reagieren. Der Stream dazu wird so gegen 20 Uhr vielleicht starten, 21 Uhr, 22 Uhr, wir schauen mal. Wir werden in der Zeit ein bisschen was spielen, aber, ja. Diese Leaks sind aufgetaucht. Ab fotografierte Bilder der Direct sind wohl aufgetaucht und Super Smash Bros wird wohl auch Thema sein. Time for Smashing Announcement. Es wird wohl was Neues zu Smash angekündigt. Vielleicht der Story-Modus, auf den ich auch eingegangen bin. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es sehen. Vielleicht aber auch werden neue Charaktere gezeigt. Kommen wir auf das vielleicht sogar schon Interessanteste zu sprechen. Und zwar auf dieses verwackelte, natürlich verwackelte Bild, denn man kann das auch nicht irgendwie screenshotten oder so. Nein, man muss es abfotografieren. Aber das ist ein Leak und das soll wohl relativ, ich sag mal, kredibil sein, glaubwürdig sein. Der Legend of Zelda The Phantom Curse soll im Dezember 2018 erscheinen. Scheinbar für den 3DS. Es soll wohl ein neues 3DS Zelda geben und das kommt im Dezember diesen Jahres raus. Und zwar, ja, Zelda The Phantom Curse. Was auch immer. Einige haben unter diesem Tweet schon geschrieben, dass das Logo extrem kacke aussieht. Von wegen, hä, das passt gar nicht mit dem Schwert und so und das ist gar nicht gut designt. Und, na, gucken wir mal. Dann haben wir noch, natürlich, die Gerüchte stehen immer noch im Raum, zu New Super Mario Bros. U Deluxe auf der Switch. Mit mehr Content. Und, wobei das hier auch Mario Run sein könnte, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Einige haben aber auch hier schon gesagt, dass das total kacke aussieht, weil das die Super Mario 256 Fanfall ist. Die Fake, äh, also die Fanschriftart. Und das haben viele halt schon als Fake abgestempelt. Gucken wir mal, ob das Spiel in der Direct Erwähnung findet. Dann haben wir halt noch natürlich die Ankündigung und das ist das, warum ich gerade eben auf diesen Tweet zu sprechen kam und auf den League von 4chan. 20 Classic NES Games und das ist halt schon die Bestätigung dazu, dass was zu Nintendo Switch Online verraten wird, zum kostenpflichtigen Dienst und so. Und man hätte es sich vorstellen können, man hätte es sich denken können, aber es war nicht wahrscheinlich, weil Nintendo selbst hat geschrieben. Es wird mehr zu Titeln zu Switch und 3DS verraten. Ja, ja, ja. Ja, gut, aber im Endeffekt hätte man sich auch denken können, hey, ja, das, ähm, hätten auch die Spiele sein können, die es hier in diesem Online-Katalog gibt, die NES-Spiele. Die ja auf der Switch verfügbar sind. Dementsprechend sind es in entfernteren Sinne Switch-Spiele. Wissen wir nicht, gucken wir mal. Jetzt aber mal, äh, wenn man die ganzen Leaks mal, ich sag mal, ein wenig, äh, ähm, außen vor lässt, ja. Und mal auf das zu sprechen kommt, was man sich denn dabei so denken könnte. Staffen wir das Ganze mal ein bisschen auf. 3DS und Switch. Arbeiten wir das ganz schnell ab. Also, 3DS, was wird gezeigt? Luigi's Mansion, save. Zelda, Phantom Curse, mh, gucken wir mal. Vielleicht, man weiß es nicht. Mario und Luigi, Abenteuer Bowser und Bowser Juniors Reise wird bestimmt mehr dazu gezeigt. Release that wird da bestimmt verraten. Es wird Zeit, meine Bruts. Und vielleicht, ich hoffe es, im amerikanischen Raum wurde es schon verkündet. Hier im deutschen Raum gab es noch kein offizielles Statement. Es geht mir hier um Yo-Kai Watch Blasters. Es soll nämlich so sein, dass am 27. September, jedenfalls im westlichen Raum, wenn es um Amerika geht, in Europa gibt es dazu, glaube ich, noch gar kein Statement. Yo-Kai Watch Blasters, ähm, Moon Rabbit Crew, also, wenn man das mal fachgemäß übersetzt, Mond, wenn man das mal fachgemäß übersetzt, Mondhasentruppe. Soll hoffentlich gezeigt werden. Ihr wisst, kaum ist letzte Woche Freitag Yo-Kai Watch Blasters, Rote Katzenkommando und Weiße Hundebrigade erschienen, scheint jetzt schon Ende September in Amerika, am 27. Moon Rabbit Crew zu erscheinen. Also, das ist bestätigt. Es ist dort so. Ob das Ganze in Europa auch der Fall sein wird, also auch quasi in Deutschland, werden wir sehen, wenn es in der Direct angekündigt wird, ob Yo-Kai Watch Blasters Mondhasentruppe gezeigt wird. Wir werden es sehen. Boots, das soweit zu den 3DS-Titeln, weil mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein, außer Luigi's Mansion und Mario & Luigi, Yo-Kai Watch, das ist so das Wichtigste. Und vielleicht noch dieses Zelda, man weiß es nicht. Kommen wir zu den Switch-Titeln. Ich denke mal, und ja, da muss man jetzt kein Experte oder so sein, wenn ich sage, dass wir auf jeden Fall was zu Smash Bros sehen, klar, da wird safe noch was zu gezeigt. Das meiste wurde ja schon erklärt zu Stages und Musik und MP3-Player. Ihr wisst davon, ne? Ihr habt alle davon gehört. Deswegen, ähm, ja, gucken wir mal. Aber, neue Charaktere wären cool. Ich meine, it's time for Smashing Announcement. Da wird bestimmt was zu gezeigt, hoffentlich. Gucken wir mal. Vielleicht neue Stages, Story-Modus, Charaktere, gucken wir. Der Torna-DLC von Xenoblade Chronicles 2 wird bestimmt auch ausführlichst erklärt. Wir kennen Nintendo. Der erscheint am 21.09., wobei ich auch gehört habe, dass er schon am 14. erscheint. Ganz so sicher ist man sich da nicht, aber das soll ja wohl am 14. erscheinen. Und da wird Nintendo bestimmt sagen, um Mitternacht, wenn es dann auch quasi rauskommt, hey, also jedenfalls Mitternacht für uns, hey. Das Ding ist jetzt im eShop verfügbar. Und wenn es verfügbar ist, werde ich sofort, sofort nach dem Stream vielleicht mal gucken mit dem ersten Part des Let's Plays Beginn von dem DLC. Wenn es verfügbar gemacht wird, aber ich denke schon. Am 5.10. erscheint Super Mario Party und da wird auch was zu gezeigt. Vielleicht zum neuen Modus, mal gucken. Vielleicht zu neuen Minispielen, man weiß es nicht. Gucken wir mal. The World Ends With You für die Switch, vielleicht zeigt man da auch was zu. Und ansonsten, was haben wir noch hier? Ähm, da gab es ja noch hier dieses Travis Strikes Again, ne? Genau. Da wird bestimmt auch noch was zu gezeigt. Dark Souls wird bestimmt auch noch mal ganz kurz erklärt oder ganz kurz gezeigt, hey, kommt am 19.10. raus, nachdem wir so viel davon gezeigt haben. Jetzt kommt endlich Starlink Battle for Atlas mit dem Switch exklusiven Content. Vielleicht kommt da auch was zu raus. Wir wissen es nicht. Das werden wir ja eben sehen. Gucken wir mal. Pokémon, let's go Pikachu, let's go Evoli. Vielleicht werden da neue Trailer gezeigt. Vielleicht wird da neues Gameplay-Material gezeigt. Wir werden es sehen. Ähm, ansonsten, Undertale bekommt vielleicht noch kurz die Aufmerksamkeit-Spanne. Da müssen wir sehen. Yoshi für Switch. Ganz wichtig. Yoshi's Crafted World. Safe. Das Spiel wurde ja letzte Woche quasi schon, äh, von Nintendo of America geleakt auf der offiziellen Nintendo of America Website. Und das Spiel heißt Yoshi's Crafted World. Auf chinesisch Handcrafted. Deswegen, ne? Ähm, wird auch was zu gezeigt. Gameplay-Material en masse. Da wird bestimmt eine Menge von den 35 Minuten abgezogen. Ist da Bescheid. Bayonetta 3. Gucken wir mal. Vielleicht. Metroid Prime 4. Gucken wir mal. Hm. Vielleicht. Fire Emblem. Three Houses. Gucken wir mal. Hm. Vielleicht. Ja, moin. Demon X Machina. Aka, die, äh, das Spiel, ähm, welches dafür gesorgt hat, dass mein letztwöchiges, äh, Direct-Video geklaimt worden ist. Vielen Dank, ähm, Drecksentwickler und Publisher von Demon X Machina. Fickt euch, Alter. Mein erster Claim, seitdem ich bei Alliance bin und den habe ich dieses Spiel zu verdanken, da ich dort Gameplay-Material gezeigt habe. Ja, leckt mich. Wird vielleicht auch noch was zugezeigt, wir werden es sehen, aber, ähm, wäre mir im Grunde egal, ne. Wenn man meine Videos claimt, obwohl ich managed bin, nur weil ich ein bisschen Gameplay gezeigt habe, was Werbung ist, also was soll das, dann, äh, ja, leckt mich. Ihr seid mir voll egal. Das wäre soweit alles an Spielen. Burringos, was erwartet ihr denn so? Schreiben Sie es in die Comments. Und ansonsten würde ich sagen, wäre es das für... ÄH, HA! ...dieses Video. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, und ihr habt diesen Kanal bisher noch nicht abonniert, dann macht das, damit ihr nichts mehr von der wunderschönen Direct verpasst, die Freitag kommt, auf der ich reagieren werde. Auf die ich reagieren werde. HAUN SIE HINEIN! HAUN SIE HINEIN!